Was das wohl mit deinem Arm anstellen würde? Das Loch ist jetzt völlig nutzlos. Siehst du das? Sie haben es blockiert. Die kleinen Biester wissen ganz genau, was sie tun. Wir sehen, was es war. Na, das war wohl falscher Alarm. Ich komme nicht vorbei. Ich muss die Ratten irgendwie aus dem Raum locken. Noch ein Trott, der mich aufgenommen hat. Oh! 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 Ich habe lange keine Rosen mehr gesehen. Hoffentlich bin ich nicht falsch abgebogen. Hm, nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das sollte mir die Sache erleichtern. Das sollte mir nicht falsch abgeben. Was ist das? Eine Neuigkeit über unseren jungen Ugo de Ruhn? Senor Nikolas ist weiterhin abgeschlossen. Also, gibt es nur einen, der uns helfen kann, das Buch zu finden? Der Sohn eines Schmieds. Du hast diese Tür mit deinem Vater gebaut. Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade Abschaum wie euch fernzuhalten. Ich bin Großinquisitor Vitalis Binadon. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sieh, was ich ertrage. Für dich. Steh. Das ist ein bisschen gut. Wie heißt du, Junge? Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Er geht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Schafft ihn fort. Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Selbst wenn der Großinquisitor davon redet, deinen Nächsten zu retten, kannst du einfach nicht den Mund halten, was? Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Mein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episanguis den Biss in Schach halten? So lange, wie es ihm sein Glaube erlaubt. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Derun kann Vitalis die Beschwörung abschließen. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad ignem. Ad lukem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hör mir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du noch so stark, aber glaub mir. Wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kaum mal wahr. Na, erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Vater. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Okay. An die Arbeit. Ihr habt den Boden ruiniert. Schwere Rüstung. Es muss doch einen Weg geben. Okay. Komm schon. Beeilung. Wir brauchen dieses Buch. Wir brauchen dieses Buch. Was war dieses Schnalzen? Hab ich dich! Darauf warte ich schon. Beeilung. Ich bin dein Vater.